Let me show you just what I'm made of! Oh, was haben wir hier? Zenryo, was bekommen wir hier? Gar nichts. Darauf habe ich schon so lange gewartet, weil es war ein... Oh. Ah, es kommt auch wieder diese ganzen Rückblenden, wie bei Sakura. Ja, bei Ultimate Ninja Impact, das war schon so episch. Das hat mir schon gefallen. Und da, das war das Finale, glaube ich, bei dem Spiel. Und jetzt... Ja, Leute, jetzt... Shagarin Regeneration. Und jetzt spielen wir das in HD. Hm, das wollte er wirklich noch. Kaum zu fassen, dass ich Sasuke so verändern kann. Aber... Vielleicht kann Naruto wirklich was ausrichten. Ich denke, so kann Sasuke doch nicht bleiben, oder? Ich denke, so kann Sasuke doch nicht bleiben, oder? Ich habe mich nicht mehr gesehen. Mhm. Mhm. When did you become your friend? Hmph. No. I'll see you again. Okay. Mhm. It's almost different from the past. This is Sasuke? Uh... ... ... ... ... ... Ich bin mir am besten. Sasuke, ich bin Sasuke-kun. Ich kann mich wegwerben. Ich kann die Ajobe und die Hvoche. Ob du mir wegwerben? Was hat er versucht? Du bist nicht so zu. Susuke-kun ist keine Ajobe von Konoha. Ich habe mich immer auf dem Moment verriebt. Was? Dann können wir uns das zeigen. Denkst du ihn an. Dann werden wir dich verabschieden. Wie ist das? Er ist ein Team der Sasuke? Er ist das, was ich für mich. Ich bin hier. 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 Wenn Sasuke einen Tag zu retten, wird alles endet. Ich bin hier. Es geht. Sasuke... Ich kann es nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich kann es nicht sagen. Ich bin hier. Ich habe das Direkt. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich kann es nicht in der Lautrecreie sein. Ich bin der Sasuke, nicht das Sasuke-Kunst. Aber du bist in dieser Welt, ich bin ein Problem für mich. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Unglaublich. Wie grausam. Er wollte sie also wirklich töten. Ja, ich kenne ja die Szene schon aus dem Spiel oder in der TV-Serie, ganz ehrlich. Aber darüber muss ich mich echt immer aufregen. Okay, jetzt müssen wir also mit Sakura gegen Sasuke antreten. Hoffentlich geht das nicht schief. Okay. Ich muss wohl nur mein Bestes geben. Kaum zu fassen. Er kennt wirklich nicht mehr Sakura wie von früher. Er ist wirklich nicht mehr der, der er mal war. Aber ob das wirklich so bleibt? Ein Kampf mit Ultimative New zu verwenden? Ah, das mache ich. Das will ich auf jeden Fall. Der Schutzschild nützt ja nicht viel. Oho. Komm her. So, bam, bam. Jetzt volle Möhre. Jetzt kriegst du mal echt einen auf die Ome. Jetzt kriegst du mal richtige Frauenpower zu spüren. Deine ehemalige Verehrerin. Bäm. Aua. Sorry, dass ich jetzt da nicht kommentiere. Ich habe schon vergessen, dass es ein Let's Play ist. Aua. Ach, komm jetzt. Aber was mache ich denn? Ich hätte eigentlich jetzt das Shaka aufladen sollen. Aua. Jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren und ein bisschen nachdenken. Sorry, Leute, dass ich da jetzt kurz nicht gesprochen habe. So, jetzt gibt es richtig einen auf die Ome. Und jetzt noch ein Ultimatives Jutsu hinterher. Und... Ach, er wird abwackelt. Vielleicht kann ich noch eins... Nein, das ging daneben. Leider. Dass er auch so schön ist. Und ich stelle mich wieder total blöd an. Ja, ja, ja. Es ist halt schwierig, richtig wieder reinzukommen. Es sieht zwar so aus, als hätte Sakura ein leichtes Spiel gegen ihn gehabt, aber... So ist es eigentlich gar nicht. Und alles wie früher, Sakura, glaubt mir, wahrscheinlich... Hm, bisher sieht es noch ziemlich schlecht damit aus. Aber vielleicht... Nur vielleicht... Ich weiß auch nicht, wie es wirklich ausgehen wird mit Naruto, weil... Der Manga geht bestimmt noch ziemlich weit. Er ist noch lange nicht am Ende, denke ich mal. Ja. So, warte. Dem wird es wohl so... Dem wird es wohl sein. Okay. Da kommt wahrscheinlich wieder eine weitere Cut-Szene. Sorry, dass ich da jetzt ein bisschen so ruhig bin. Hm? Ja. Ja. Sasuke-kun. Wouw, jämmete. Wukschゅu,なんてやっても... ...daれもすくわれない. Mien na Sasuke-kunのことを心配してる. Mata, izsue ni... Sasuke-kunと, arpくことを望んでる. O-neigai... Das war's für heute. Ja! Sasuke, ich sage nur ein Wort. Ich werde dich auf die Rückkehr. Ich will nicht dich. Ich werde mich immer wieder aufhören. 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 Geh es! Ich wollte mich niemals aufhören. Ich versuche, dass du eine Person deinigen. Das ist natürlich auch verletzt. Ich werde mich immer wieder aufhören. So... Sie? Keep your spouse ... Ich werde mich überwärts. Das wäre mein Schiff. Sasuke... Ich dachte, dass ich mein Freund, Orochi-Maru, so schön war. Ich dachte, wie war der 3. Hohkage? Ich weiß, dass ich jetzt bin. Ich denke, dass du die 3. Hohkage erinnert. Das war's für mich. Also nicht das ist... Du auch... Du auch... Du auch... Du auch... Du auch... Du auch... Du bist... Du bist sehr stark, Sasuke... So, wie will sie mit diesem Fall genau… Jakub! Ja, so ist es eigentlich ein junger, Kakashi-Kakashi-Sensei. Ich will nur noch nicht sein, was ich... Warum hast du hier? Ich werde Sasuke-Kun aufhören! Ich werde! Ich bin Sasuke-Kun! 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 Danke, Sasuke-Kun! Du bist immer mit der 7-Hahn-Kunst. Ich bin Sasuke-Kunst! Sasuke-Kunst. Danke, Sasuke-Kunst. Ich bin Sasuke-Kunst. Ich bin Sasuke-Kunst. Ich bin Sasuke-Kunst! Ich bin Sasuke-Kunst. Gerade noch zur rechten Zeit! Das ist eine gute Zeit! Ich dachte, ich habe nicht nur noch mal gekommen, aber... Sasuke... Sasuke ist der gleiche 7-Hahn-Kunst! Der gleiche 7-Hahn-Kunst! Ich... Ich habe es jetzt gesehen, Sasuke-Kunst. Sasuke ist nicht der alten Sasuke-Kunst. Sasuke... Sasuke... Ich habe es mir ebenso Rechte von dem Allah-Kunst. os... Ich habe 100,000 Euro gemacht. Ich habe es nicht verreicht. Es sei denn, sowas wie du... aber wie auch du... ich ver-resetze wirst. Ich habe es nichtério. Ich habe es nicht mehr ver-Rest. Ich habe es nicht Farm-Kunst... Sopuke-Kunst... Ich habe mich nicht wieder слышt! Der hat aber geschaut! Das war es jetzt. Ich habe die ZitЯ für die Feier des Geschen. Ich habe den Unter這裡 gehört, die Funger, oder? Was ... ich habe das Funger? Es ist eine herauskolle, immer nur bei der Achse zu schien war. Ich habe mich um Wohlen auszuhren mit dem Schlauch. Das heißt, dass du Zupfer das Bionow hast, immer noch etwas zu erwarten. Ich habe den Zupfer geblieben, dass du Zupfer wirst. Du wirst, dass du Zupfer wieder mit dem Zupfer wirst. Du bist all die Zupfer wirst du Zupfer wirst. Es gibt nur einen Krampus, aber das ist wirklich das Zupfer. Du bist der Zupfer. Die Geschichte von Sasuke hat sich in der Zeit gegründet. Naruto, Sasuke... Das ist alles gut, Naruto. Ich werde dir das hier an. Ich verstehe die Antwort. Ich habe das Gefühl. Ja. Kagashi, ich werde dir das hier an. Ich werde dir das hier an. Du... Was hast du gesagt? Die nächste... Naruto... Äh... Die? Nächste? Oh je. Da ist schon wieder ein Rechtschreibfehler. Oder habe ich mich da echt verlesen? Ne. Ihr habt das bestimmt auch gesehen, oder? Boah, das gibt's doch nicht. Okay, ich sollte mein Inventar wieder ein bisschen auffrischen. Ja. Sorry für den leichten Sprachfehler dazwischen, dass ich hier zu wenig kommentiert habe bei dem Kampf, aber... Naja... Okay, jetzt können wir mal Stufe 2 Items... Haben wir überhaupt schon... Ent... Entschleun... Bewegungstempo... Äh, Bewegungstempo... Ähm... Nein... Nein, ich nehme... Wir nehmen noch eine Brunssalbe. So. Das passt schon. Wollen wir den Kampf beginnen? Jetzt kommt mal wirklich ein richtiger Bosskampf. Held und Rächer! Gut! So. Beginnen wir gleich mit Rasengan! Boah, das wird jetzt episch! Endlich mal wieder ein richtiger Bosskampf! So. So. Immer richtig anstürmen und eine richtig schön fette Kombo rauslassen! So, jetzt kriegst du voll eine... Ah, der konnte noch irgendwie zurückweichen. Was... Oh, jetzt... Kommt jetzt eine Interaktion? Oh oh! Bereithalten! Gut! Was kommt jetzt? Na? Ultimative Entscheidung? Was? Jetzt schon wieder? Wiedersehen mit... In einer Schlangengrube von unbeerbaren Willen getriebenen Kämpfen. Zwei ehemalige Freunde gegeneinander mit einem Zitten in Schwertspitze. Komfortiert entscheidet sich Naruto. Lautes Geschrei Niedelregen. Zwei Jungen, die verbotenen Kräfte freigesetzt haben. Von den Tal des Endes aufeinander. Der Verzeigte Kampf für den unvergessigen Kampf. Drei Jahren beginnt aufs Neue. Wollen wir das auf Drei Jahren... ...einsetzen oder... Hier. Ich würde sagen, mein Fuß schläft schon wieder ein. Ah, das... ...tut mir ja so gut. Grrrr. Ein schöner... Ich würde sagen... Ich habe ja gesagt, wir würden Legende nehmen. Also, nehmen wir gleich Legende! Okay, Geheimaktion? Wofür sollen die eigentlich sein? Ich kapier's ja irgendwie nicht. Was muss ich denn da verdrücken? Okay, ich glaube, ich sollte erstmal... Äh, wie jetzt? Trägt er in Naruto keinen Sternball? Das fällt mir auch erst jetzt auf. Oh, das hat mich erwischt. Ich muss ein bisschen aufpassen. So. Jetzt kommen wir auf. Ach! Eieieiei, jetzt hat er mich voll mit einer Kombo erwischt. Und die 60% kann ich jetzt vergessen wahrscheinlich. Ach, komm! Gib Ruhe! Bam! Gleich haben wir ihn. Ich glaube nicht, dass er ein... Ja, jetzt kommt wirklich eine Interaktion wahrscheinlich. Oder? Ja, jetzt kommt es! Okay, was muss ich jetzt drücken? Okay, das war ein bisschen langsam. Ich hoffe, das geht bei den anderen besser. Ja! Runter! Boah, das sieht episch aus! Okay, hier! Muss ich jetzt... Muss ich jetzt ausweichen? Wie? Ah, Gott! Gerade noch geschafft. Ich muss jetzt schneller werden, wenn ich das... Ja, die Interaktion ausfällt. Ah! Okay. Ich hätte eigentlich hier einen falschen Knopf gedrückt. Okay. Vielleicht habe ich es. RB! Ja, ich habe es richtig. Ich habe die volle Sternzahl. Okay, hier noch. Ich hätte sowieso noch mehr Chancen gehabt. Okay. So. Bam! Das war noch voller Treffer. Ja, das war direkt in your face. Geile Sache! So. Was kommt jetzt noch als Interaktion? War es das jetzt? Ich glaube nicht. Ja! Genau das! Wie im Finale vom ersten Naruto-Teil. Also wie in der ersten Naruto... Hm. Generation. Der Finale-Kampf zwischen Sasuke und Naruto. Das Rasigan trifft auf das Shidori. Und los! Boah, episch! Sasuke. Sasuke. Du und ich... Und? Hat das euch auch in dem Intro gesehen? Okay. Okay. Das muss ich jetzt drücken. Beat Smashing! Und das wär's. Volle Power! Jetzt kommt noch die zusätzliche Interaktion. Die Keimma. Der Keimfaktor. Die Keimma. Der Keimfaktor. Aber wie? Wie? Wie geht das? Was? 73%? Ich dachte, ich hätte weitaus weniger. Wuhu! Nice! Wir haben sogar den Bonus geschafft. Belebende Jutsu-Buch und Ninja-Welt-Zeitleisten-Seite. Okay. 1a Erfolgsrate 47 für 52. Also Interaktion heißt das. Interaktion nicht. Äh, 2 für... Ja, okay. Na, das hätten wir gepackt. Boah, Leute, das war so ein epischer Kampf. Hm. Mein Herz geht auf bei sowas. Also scheiß auf den Anime im Fernsehen. Das hier ist richtige Unterhaltung. Nicht nur wunderschön. Geheimaktion. Ja, wie empfiehlt man eigentlich die Geheimaktion aus? Kann mir das bitte jemand erklären? Wenn es geht, kann es mir bitte jemand so schnell wie möglich in den Kommi schreiben oder so, weil ich weiß nicht, wie man diese blöden Geheimaktionen ausfüllen kann. Ich habe jeden Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, naja, egal. Wir haben erstmals Hild und Rächer durch. Und wir haben uns jede Menge Legendenpunkte verdient. Das bedeutet, dass wir jetzt auch hier hochwertiges Werkzeug benutzen können. Damit ist alles wieder ausgeglichen. So. Ja, ja, die Hilfeglug einsetzen. Bla, 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 bla. Wir kennen ja schon die ganzen Tipps. Das einzige, was ich wirklich als Tipp bräuchte, ist das Geheim... Äh, Faktoren. Dingsbums. Egal. Dingsbums. Dingsbums. 궁land. Dingsbums. Das war mein Ziel. Ich hatte mich nicht mehr, was ich. Ich habe mich in der 7e Aufgabe gemacht. Ich wollte mich wie du, und ich habe mich immer noch geholfen. Deswegen, Sasuke... Ich habe mich immer noch zu sagen, aber... Ich war wirklich gut mit dir. NARUTO, wenn du jetzt noch was du sagen kannst, ist mir nicht verändert. Ich werde dich und die Stadt, die sich nicht nur auf jeden Fall verletzen. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde dich nicht verletzen, oder? Ich werde dich nicht verletzen, oder? Ich werde dich nicht verletzen. Ich kann nicht nur ein Gehirn, sondern auch ein Gehirn, und ich kann nicht nur ein Gehirn, sondern auch ein Gehirn, sondern auch ein Gehirn. Ich bin... Also war der Tür noch nicht drauf, was ich? Es ist etwas zu tun, was ich. Ich habe mich über den Schrauben geklärtet. Ich habe mich über den Schrauben gemacht. Ich habe mich über den Schrauben geklärtet. Ich habe mich über die Schrauben gesagt. Es hat mich über den Schrauben gesagt. Das ist noch nicht so. Wenn es noch nicht passiert ist... Das war's für heute. Das war ich auch. Wenn du und ich kämpfst, ... 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 Was ist das? 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 Kapitel 2. Aufstellungen. Fertig. Ja, sieht ganz so aus, als kommt langsam wieder die DDoor-Stimmung zurück. So, ab hier hat ihr Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact nach diesem Titel aufgehört, schätze ich mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt... Sorry, Leute, das war jetzt kurz ein bisschen zu viel ins Mikro reingeschnappt. Das tut mir leid. Also, Leute, das war schon mal wieder ein epischer Part, auch wenn ich jetzt ein bisschen mein Kommentieren gefällt habe, das tut mir leid. Aber, ja, bei diesem Spiel kann man nur sehr wenig kommentieren, weil da die meisten... Weil da so viele Cutscenes dazwischen sind. Man kann ja hauptsächlich während der Kämpfe kommentieren, aber das macht nichts. Das Spiel gefällt mir trotzdem. Wenn auch dem so ist, dann gebt dem Part einen Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part. Wenn es dann richtig weiter geht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crushed40Freak89. Danke fürs Zugucken und ich sage wieder auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Ciao.